Na, wie geht's denn so? Hallo! Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Demi. Ja, gucken wir mal, wie viele Dimensionen gab es. Oh shit, nicht gut. Hast du kein Schwert? Ich hab schon ein Schwert, aber ich hab nur ein Herz. Der ist jetzt die Kartoffel. Wow. Minions. Herz verfischt! Oh man, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ich komm. Komm, lass dich anders schlagen. Oha! Zwei! Verdammt! Komm hier nicht mehr raus. Ja, warte schnell. Mach die Tür auf, dass ich da... Ja, ja, ich komm, ich komm. Dass ich was essen kann. Weißt du, ich bin ganz, ganz weit hier gesprochen. Ich hoffe, ich musste nochmal das Labyrinth. Ich hab' ich verrottet das Fleisch gegessen. Ich bin aber falsch. Der Paladin stirbt grad irgendwie. Ich glaub, der kämpft vielleicht, kann das sein. Da ist er in die falsche Richtung. Ich hab' ich erst grad verrottet das Fleisch und teile mich so hoch. Blup! Blup! Schmeckt scheiße. Die Finger von der Spinne verfolgt. Hilf's mir! Ich bin draußen, ich bin draußen! Ich bin draußen! Lauf in dein Leben, solange du es kannst. Ich, ich, ich tu sie... Ich hab's da vom Ding sonst weg. Fern. Aber ein da... Dunkler Elf will mich töten. Mann, ich steck grad noch im Labyrinth. Er meint ernst! Hilfe! Der schießt Pfeile nach mir! Stau! Los, weil ich... Du kannst ihn noch retten, Bro. Aber ich mich nicht. Hä, was los? Komm doch raus! Nix, ich muss, ich muss, ich muss zum Ding. Ich muss ins Labyrinth bin ich grad. Boah, fuck, da kommt ein Zombie, hopp! Tef, wer ist Tef? Keine Ahnung. Schau mal. Ich bin gleich da. Da ist Tef! Scheiße! Was spawnt hier? Schau mich kaum. Wir müssen schnell in die Dimension, damit wir uns... Hä? Hast du für ne Waffe, Alter? Hast du ein Problem, hä? Willst du dich prügeln mit mir? Nein, Mann. Was los? War das nicht? Stratz! Wir stehen uns gegenüber. Stratz! Oh! Nein! Wo bist du? Nein! Ich bin im Labyrinth! Da war ich auch! Da war ich auch! Mann! Auf dem Tisch mehr gibt es kein Essen mehr! Sieht doch so witzig aus! Wir werden uns so angucken! Ich geb den eine! Gucken wir uns wieder an! Blössich rennt er auf mich zurück! Gib mir ein, ich tot! Äh! Komm, fände mich! Du musst dich abholen oder schaffst du es allein? Ich schaffte es schon! Schauen wir mal Tef von Weitemann! Ich weiß, wo ich schon war! Holstef! Äh! Auf dem Eifer! Aber da ist auch noch Dings noch! Verdammt! Verdammt! Ich will auf dem ganzen selben Weg! Dann lang! Dann da! Dann da! Dann da! Dann da! Dann da! Dann da! Dann Sackgasse! Dann! 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 Komm in den Käfig, komm in den Käfig, komm in den Käfig, komm in den Käfig. Ich hab dir mit meiner, ja ich hab dir den Käfig vertrachtet. Jetzt bist du wohl nicht mehr so... Okay. Fuck alter! Leute, ich mach kurz nen Cut, dass ich hier rauskomme, sonst ist diese Folge unnötig. So. Hier sind wir wieder und da ist Herr Tev. Komm. Ja geil, noch ein bisschen komme, komme, du willst doch auch. Nein, komm wir gehen. Wir suchen jetzt ein Portal. Wo könnte ein Portal sein? Komm! Scheiße, lauf, 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 lauf! Lauf, schnell, dass ich mir sicher! Oh nein! Komm mal hin! Fuck alter! Mach mal ins Ernst! Wohin? Ich hör was! Ah! Ja, ja, ja. Ja, da ein Portal. Und da wohnen dann bevor Tev kommt. Auf 3 rein, 1, 2, 3! Nein! Oh! Oh! Endlich raus dieser blöde Tev, der ist jetzt fast umgebracht! Was kommt jetzt? Ich hab wieder meine Sachen, aber... Kein Essen! Ja, ich hab noch ein bisschen was! Und blaue Äpfel hab ich auch noch! Warte, hier ist ein Buch! Macht euch auf das ultimative Füße gefasst! Ihr habt die Magier verärgert! In der finsteren Welt erwartet euch der Dämon Angel! Seine Macht übersteigt die der Magier um ein Vielfaches! Geist! Wird's vielleicht hart! Hier hast du schon mal ein bisschen was zu essen! Er kann alles zerstören! Und hier hast du schon ein bisschen was von denen! Warte, ich geb dir noch da! Zack Zack! Okay! Dann! Auf geht's! Komm! Auf 3, 1, 2, 3! Woah! Oh! Oh! Alter! 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 Was machen die mit mir? Na! Ich lauf nach oben! Ab 1! Schieß! Ich kann nicht essen! Ich kann Apfel nicht essen! Schieß! Ich kämpfe da gegen 1, Anna ist hier! Bin gleich tot! Ich auch! Schnell zurückziehen! Rückzug-Taktischer! Natürlich! Du hast dich in die Luft gespringt! Wurde in die Luft gespringt! Holst er mein Zeug? Ja! Dämon-Ainsel! Oh mein Gott! Ich bin bei dem! Und? Ich glaub der hat mich nochmals entdeckt! Ich mach mich mal langsam auf Staub! Regenerier hier! Oh mein Gott! Ah! Hier draußen sind auch immer Mops! Alter! Das ist das herbsteste was es gibt! Ich hab jetzt einen blauen Apfel drin! Die Engel hätten uns echt bessere Rüstung geben müssen! Was macht jetzt der Boot-Elf King hier? Die machen's ernst! Die machen's ernst! Hier gibt's einen Boot-Elf King! Echt? Ja! Wo bist du? Ich rette dich! Warte! 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 Ich hab meine Rüstung! Eine habe ich! Was ist denn hier passiert? ok renn hoch renn hoch renn hoch solange ich alle festhalte ich bin nach draußen ich bin gerade am komm rein auf hoch hoch mit dir das hat so keinen sinn renn hoch da schreit jeder hello hello durch oben schau nach der berüchtung von denen bekommen ja so was die endboss oder so schon halt warte bevor gegen den kämen kämpfen wenn wir diese folge ja wenn sie etwas kürzer wurde aber ich möchte den fein auf einer ganzen folge könnte vielleicht ein bisschen in die länge ziehen ich hoffe da kommt jetzt noch mal spawnt hier oben noch was leute ich weiß nicht wie lang die folge wurde aber lasst den daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat wie wir verreckt sind fast oder wie super frankie explodiert ist und abonnieren wenn nichts mehr verpassen wollt tschüss tschüss Vielen Dank.